Hallo liebe Freunde des Rechts, ich möchte heute mal kurz eine knappe Frage beantworten, die auf Twitter eben gerade aufkam, nämlich was passiert, wenn jemand einen anderen infiziert, nachdem er wusste, dass er positiv ist und vielleicht sogar unter Quarantäne gestellt wurde. Wir haben hier diese Frage, Familie ist positiv, holte sich denn noch Handwerker ins Haus, danach Infektionen bei den Handwerkern. Wir müssen zwei Sachen betrachten, nämlich einerseits die strafrechtliche Seite nach dem StGB 224 StGB wegen gefährlicher Körperverletzung und zum anderen die Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz. Gefährliche Körperverletzung sieht ja ein Strafmaß von sechs Monaten aufwärts vor, das ist also auch das schärfere Gesetz, wenn sich jemand infiziert und zwar aufgrund einer vorsätzlichen Handlung des Infizierenden, also in diesem Falle die hier positiv getestete Familie. Da ist es denkbar und gleichwohl aber selten, dass sie sich strafbar machen, diese Personen, wenn sie andere Menschen infizieren. Wir hatten solche Fälle und das hatte der Strafvorteiliger Hanyo Schrepfer in unserem längeren Video mal erörtert, dass jemand, der zum Beispiel wusste, dass der HIV positiv ist, trotzdem andere Personen angesteckt hatte und das sogar wissentlich oder willentlich mit dem Vorsatz, diesen Virus weiterzugeben. Es kommt für den Vorsatz im Strafrecht Paragraph 224 nicht unbedingt darauf an, ob jemand unbedingt die Absicht hat, eine Infektion auszulösen. Schon das billigend in Kauf nehmen kann als Eventualvorsatz ausreichen. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin infektiös, nehme es in Kauf, dass ich andere Menschen damit infiziere, dann ist das ein vorsätzliches Handeln. Wir haben ja diese drei verschiedenen Vorsatzformen, Dulus Directus Ersten Grases, Zweiten Grases und Dulus Eventuales. Die schwächste Form des Vorsatzes, die allerdings immer noch Vorsatz und nicht nur Fahrlässigkeit darstellt, ist eben dieses billigend in Kauf nehmen. Also, wenn diese Familie, und da muss man die einzelnen Personen natürlich betrachten, wusste, ich bin infiziert, ich kann andere Menschen anstecken, nehme es gleichwohl in Kauf, Kontakt zu haben, so kann man sich strafbar machen. Der Grund, warum sowas so wenig bisher angeklagt wird, ist vermutlich, weil die Beweisführung schwierig ist. Es ist nicht so einfach nachzuweisen, dass sich eine Person genau bei dieser Familie infiziert hat, ist allerdings durchaus möglich durch Sequenzierung, man kann also nachvollziehen, aufgrund der genetischen Analysen, ob die Infektion von der einen oder anderen Person kam. Und es gibt auch schon Fälle, wo solche Beweise in Ermittlungsverfahren erhoben wurden. Strafmaß, sechs Monate aufwärts, da ist also einiges möglich. Das ist ein schweres Delikt, noch kein Verbrechen, aber ein Vergehen mit einer Strafandrohung, die nicht mehr zu einer Geldstrafe führt, in minderschweren Fällen können es auch nur drei Monate Aufwärtsfreiheitsstrafe sein, die natürlich bis zu zwei Jahren auch zur Bewährung ausgesetzt werden können. Es gibt darüber hinaus auch Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldvorschriften im Infektionsschutzgesetz, die zum Beispiel daran ansetzen, dass jemand sich nicht an die Quarantäneauflage hält. Wenn es darüber hinaus infolge dieser Verletzung zu einer Körperverletzung kommt, befähigen wir uns in einem strafrechtlichen Rahmen und da konkurrieren jetzt verschiedene Delikte miteinander, wobei die aus dem Infektionsschutzgesetz möglicherweise einen niedrigeren Strafrahmen haben. Und da kommt es manchmal darauf an, was zuerst nachgewiesen wird. Aber das ist etwas kompliziert. Es reicht ja eigentlich erst einmal aus, dass hier eine Möglichkeit besteht für eine strafrechtliche Verfolgung. Zu empfehlen wäre also, diesen Handwerkern möglichst schnell Strafanzeige zu erstatten, um vor allem die Beweise zu sichern. Denn wenn es wirklich darauf ankommt, die Kausalität zwischen der eigenen Infektion und der Begegnung mit zum Beispiel dieser Familie nachzuweisen, dann müssen rechtzeitig die entsprechenden Spuren gesichert werden, also im Zweifel Blutproben entnommen werden, um die Sequenzierung durchzuführen. Ich hoffe, ich konnte helfen. Bleibt gesund. Bis später.